Studio Wermelskirchen. Hallo, die Nora ist heute hier und ich habe mich sehr gefreut auf ein Video mit ihr, aber ich war zu blöd und habe anscheinend nicht auf Start gedrückt. Jetzt ist alles vorbei. Nora, was hast du dir gerade bei uns stechen lassen? Ich habe ein verstecktes Septum. Ein verstecktes Septum, ja, schön, das sieht man jetzt gerade auch nicht, wie sie war sehr, sehr tapfer. Ich kann es aber zeigen, dass wir so gestoppt haben, haben wir eine Titanium G23 Banane, so sieht die Banane aus, die wir eingesetzt haben. Eine kleine Chiquita Banane. Ja, sowas. Einmal Kopf nach oben und dann sieht man jetzt hier an der Position rechts und links jeweils die Kugeln und die Banane sitzt genau mit. Der Vorteil bei der Banane ist, dadurch, dass man es so nicht sieht, kann es während der Unterhaltung perfekt abheilen und wenn man dann irgendwann mal schönen Schmuck einsetzen möchte, kann man es dann natürlich nach vier bis sechs Wochen, je nachdem wie gut es abgeheilt ist, auch wechseln. Sehr gut. Nora, du hast aber jetzt gerade was Nettes gesagt, also das Nostril fandst du schlimmer, ne? Septum fandest du jetzt nicht so schlimm. Die Nora war auch super tapfer, ne? Und es war auch sehr spontan, weil gerade ein Termin nicht gekommen ist. Da hast du jetzt schön profitiert. Genau. Ja, dann wünschen wir jetzt noch ein schönes Wochenende und diesmal habe ich auf Start gedrückt. Danke dir, Nora. Danke. Danke. Danke.